Twitch Prime ist sexy, Maxi. Ich meine, das Ding ist, es ist immer auch auf dem Server der Bug. Das heißt, mein Goldener bringt gar nichts gegen Nixbogen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, aber... WOAH! Ha! Das ist natürlich auch eine Option, dass man einfach dann das Game quittet. Ha! Der arme Digga!